hallo und herzlich willkommen hier zum reichen fahrer hier das neunzen noch für den marsch die schweine abladen da ganz kurz mal verschieben unsere ferkel klein und noch ein paar da und dann müssen sie wieder gefüttert werden wir haben irgendwo loch schweine auch an dem loch und zum herzen die schweine was den preisen kriegen und wasser wasser wird uns auch kriegen ich wünsche man allen schönen samstag könnten wir gerade mal so auf zur folge noch mal sechs ja dann ist samstag ich meine ich will auch jeden tag gehen unter und dienst am vater fünften kein thema aber es ist ja samstag hat besonderes und da möchte ja schon wenn ich das nicht vergesse ein eiver des gefechts das ist am meisten das ganze bei darum war wir dürften hier nicht so viel futter eingehen dürfte und sollte 3 ja das passt gerade so hat sein ein zu viel noch kommen drei jahre so alt schon da geworden also hänger war hier da auch ein kleiner klein können ab von dem was für die lage haben wir jetzt da haben wir den anderen ja den bands im betrag das ganz stark ich glaube die produzieren keine hänger traktoren mit höchsten motoren weiß ich nicht genau gibt zu viel konkurrenz es gibt eine leichte über pollution das ist das ganze problem das mit dem ewigen wachstum das funktioniert leider nicht so hier der hänger ist da aber mit den bands machen gleich mal kann man gleich den kühen gleich entsprechend futter geben da das raps nicht angewachsen das püre schlecht jetzt beinahe das umwort gesagt aber das baut mir nicht sagen ne das bin sch ein bisschen gewillt ausdrücken also so ein bisschen nicht vornehm aber nicht so so gerne umgangssprache so einigermaßen passen hundertprozentig das klappt sowieso nicht aber so halbwegs ne so gehen wir gleich durch die kühe rein gucken wir mal an mich ist so viel nicht da muss ich auch noch der nächste mal aktiv werden misstfahrer ist ja hier sind haben wir erst gestern haben wir nicht erst gestern das gemacht mit dem futter geben steht er hier dann ist er bestand mist hier das mist ist der mist alle also ja dann werden wir jetzt klar nebenbeladen 21 auf geht's denn dann muss fördern aktivieren anfangen so viele arbeit die nun nebenbei anfallen kugel hast du ein problem hast du eine kaputte hüfte so die b was gewesen wahrscheinlich muss man ja er wird ja gleich kommen hier der fahrer aber nicht aufhalten hier wir müssen hier zusehen da wir vor dahin kriegen jetzt hier weil die kühe wird ja auch das sind bei der anhänger jetzt beim sand jetzt möchte er sich auch noch hervor hatte meldet sich das andere programm wer jetzt wähle ich jetzt die treiber für den prozessor oder so im denkfall ist ungünstig ne denn eine aufnahme bei im grunde im grunde ist das für mich persönlich wenn es klappt ist gut wenn gut klappt ist nicht schön mal gucken wie er fährt der schein ein bisschen zur förderung fördert das ist eine kleine frage aktuell dafür da vorne da wird auch da müssen wir aktivieren jetzt habe ich vor ein kurzer guckt die kraft zwar verbunden miteinander deswegen verrutschen diese träger nicht so gerne gar wenn man das nicht macht dann wird auch der mal verrutscht aber man findet immer korrigieren und ändern so guck mal rein gehen mal sehen dann müssten wir die hänger kaufen für für kies und für sand sobald immer wieder alle ist und sobald wir da fahrzeuge abziehen müssen sagen wir haben noch eh nur ein da wenn aber den brauche garantiert für gefutter für also für für die frucht abfahren von feld die haupt oder rüben da starken traktor starken traktoren nutzen dafür schon ab und arbeit zu viel also ja von da wir gehen mal ein lager rein wir gehen mal ein lager rein das ist ja schon angekommen ich weiß nicht das müssen wir noch dings fahren hier zum bauerei raps haben wir auch noch ach dass der andere fahrer ist für raps den wir gleich mal starten wenn wir sehen derzeit ja jetzt prinzip bin ich da bin schlauer geworden mit den ganzen fahren weil die fahren ja immer hier die ganze kurse abnehmen und das ist ungünstig besser wären dass er separat ist dass ich nur ausweichen könnte aber das macht ja schlauer aber das macht ja schlauer ja automatisch es gibt doch blöde zeit jetzt sind wir ungefähr wegen treiber warum nicht für einen treiberfinger keine ahnung das war so entweder haben die kühle jetzt im herz noch hunger und brauchen mehr die schweine oder für zwei tage her wird ich könnte auch sein ich führe da kein buch im Prinzip irgendwann etwa so wenn er rot ist dann muss er tiefer ich will auch nicht die klappe da aufgelassen die firma muss zu machen da war ich so langsam die automatik ob sie keine die vorne weg wenn man einfach mal hier vorne weg nehmen ja mal die fahrzeuge bestehen lassen ich will auch mal hier weg fahren wir hier weg machen wir die weg ja automatisch hauptsache kein wohl immer das ist ja meine sorge aber hat ja letztes mal auch gut geklappt ich glaube ich muss für die Aufnahmeprogramme eine neue Fusstand besorgen beginnt an zu verlagen habe ich gesehen dass ich im Prinzip meine Räder mich noch nicht bewege aber ich habe jetzt auch den Modus hier geändert beim Aufnahmeprogramm knapp daran gelegen will ich mal zu entschuldigen weil ich da für einige Sekunden oder mehrere Sekunden äh bei mir im Standpunkt war jetzt will der auch in Deutschland haben das geht nicht ich komme hier überhaupt nichts voran hier so Höhe Hauptsache nicht ich mach mal jetzt mal ganz kurz aus später neu starten fährt er zu jene aus einfach nicht und dann starten wir eh neu morgen wenn wir das sind keine da wundert mich eigentlich darum warum wir so nicht für eine Mellung haben oder Ruckel nach euch haben wir noch eigentlich da müssen wir keins machen da müssen wir keils mehr machen klar könnt ihr auch den links fahren, die rollpackung das ist kein thema, ja machbar das ist gut da haben wir gleich den nächsten Teil rein da haben wir auch noch einen Fan ich muss da mal Gelegenheit sortieren und zwar nach Leistung nicht wie in der Marke, sondern Leistung damit ich das mal ein bisschen Gelle zugreifen kann und nicht wie lange suchen muss klar, dieser Taktor ist hier für Sputter gedacht das passt und Stroh und viel Schweine versorgen Kompass geht auch in den Bünger auf uns rein also können wir sehen ich brauche keine Lust nehmen was ist hier los habe ich hier was verkehrt programmiert oder hat sich hier verstanden, das kann auch sein das könnte auch sein, dass er hier glaubt er muss hier fahren äh, Lager Lager, ja mal Lager ja das ist natürlich verkehrt, ne Ablagen Sand Beladen Hauptlager ja bloß kein Mischfutter das verkaufe ich es in dem Sinne nicht weil könnte man mal machen, ne aber das Futter mache ich zu Mist und bringt dazu BKA obwohl ich auch für gut 1000 verkaufen könnte oder 1009 glaube ich naja so ungefähr Gras, Silage oder 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 Reifeisen ist auch nicht allzu viel ne aber wie gesagt äh äh muss man nächstes Mal gleich Heu mitnehmen also da fahren wir so lang dann fahren wir in Reu ran machen wir voll Reu und zippt da gleich mal in den Produzierung rein ne ich kann ja produzieren Reu aber ja auch nur da ist ganz gut wenn man da eine Reserve hat ja was er glaube ich schon ja läuft genau auch auch das ist auch schon freutig gewesen sein den heutigen Samstag da würde ich mal einen schönen Rest Samstag tschüss tschau 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 so gehts hier weiter mit ja ja wir brauchen nicht viel für Schweine noch nicht tschüss 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 tschüss